Willkommen zu einem neuen Video aus dem Teilekanal. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, aber ich finde es sehr interessant, also seien Sie sehr vorsichtig damit. Wir sehen es immer öfter. Und es gibt Leute, die Probleme mit dem PCV-Ventil seines Automotors hat. Und anstatt es auszutauschen, verstopfen sie es, was Sie dort sehen, ist ein 1600-HDi-Motor, der dieses Problem mit dem PCV-Ventil hatte. Der Besitzer stellte fest, dass er stark undicht war von Öl aus diesem Ventil. Und anstatt es zu wechseln, weil er es verstopfte, indem er das PCV-Ventil verstopfte, wo der Motordruck, der durch Öl und Kraftstoffdämpfe erzeugt wird, abgelassen wird, da dieser Druck nicht abgelassen werden kann. Und die Folge, was war das? Nun, da sehen Sie es. Der Turbo platzt. Der Turbo ist platzt. Warum ist er platzt? Weil das Öl, das den Turbo schmiert, da im Motorüberdruck herrscht, es nicht normal fließen kann. Es ist schwer zu fließen. Das hat dazu geführt, dass es nicht genug hat. Die Turbine war geschmiert und der Turbo geplatzt. Der Besitzer hatte schon nach dem Einstecken gemerkt, dass er beim Abnehmen des Öldeckels gesehen hat, dass viel Rauch rausgekommen ist. Und als er den Ölmessstab herausgezogen hat, hat er das auch gesehen. Es kam viel Rauch raus und Druck. Aber noch ein paar Tage gelassen. Aber wie gesagt, diese Tage waren genug Zeit, um den Turbo zu blasen. Und wie ich auch sage, wir sehen es immer öfter. Okay, tun Sie dies am Ende nicht, um Geld für den Austausch dieses PCV-Ventils zu sparen. Denn jetzt werden Sie viel mehr Geld für die Reparatur dieses Turbos ausgeben. Nun, hier haben Sie dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, dann vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank.